... ans Publikum, da kann ja keiner betrunken werden von der Minimast. Weiter geht's im Wettbewerb mit der Startnummer 9. Ein niegelnagelneues Ensemble. Sie rekrutierten sich aus zwei Chören, nämlich den Pölzer Knabenchor und den Regensburger Domspacken. Sie haben sich zusammengefunden und heißen Bergwagabunden und haben sich einen oberbergwagabunden Bergkameraden aus Südtirol, mit einem ehemaligen Kastelrotter Spatz angelacht, Oswald Sattler. Ja, hier sind sie mit der Startnummer 9, die Bergkameraden und Oswald Sattler. Und ihr Titel, ich träume von der Heimat. Ich ging fort, um die Welt zu seh'n, hab viel erlebt und war auch allein. Doch das Heimweg wird nie vergehen. Ich wünsche mir, daheim zu sein. Und ich träume von der Heimat, meines Bergen und meinen Müll, von den Wäldern und dem Seen. Irgendwann geh' ich wieder zurück. Mancher sucht ein neues Zuhause, vielleicht bei uns, da bleich ich ihm die Hand. Denn auch bei ihm wird sie immer bleiben, diese Sehnsucht nach dem Heimatland. Und ich träume von der Heimat, meines Bergen und meinen Müll, von den Wäldern und dem Seen. Von den Wäldern und dem Seen. Irgendwann geh' ich wieder zurück. Und ich träume von der Heimat, Irgendwann geh' ich wieder zurück. Irgendwann geh' ich wieder zurück. Irgendwann geh' ich wieder zurück. Ein Dankeschön an die Herrinnen, an die Bergkameraden und an Oswald Sadler, die stark oder nein! Man versteht sein eigenes Wort nicht. Stimmung pur. Wir haben wieder zauberhafte Assistenten, die uns ja heute helfen werden, zumindest dann auch bei der Stimmverdabe, auf dem wunderschönen Osten. Hören Sie das, Entschuldige, Hören Sie das, liebe Zuschauer, was hier passiert, eine Stimmung unglaublich! Und dieses Juhu, das war ein originaler Bergkameraden-Brunftschrei. Jetzt haben wir's gehört. Wir haben aus dem Osten die...